Einen wunderschönen. Willkommen zu einer weiteren Runde von Wer wird Wildtund als erstes erlegen. Äh, genau. Und zwar The Witcher 3. Blood and Wine, natürlich. Wir sind auf dem Weg, Schimmatars zu finden. Und ich hoffe mal, wenn wir... Ach, kommt, kommt, ja, ist doch gut. Ist doch gut. Hey, ich bin glücklich tot. Uiuiuiuiui. Jetzt aber. Ha, mir lügt kein Wasser, wa? Oh. Und du bist auch geschickt. Man. Ja, wir suchen die Katzenschulenausrüstung. Und wir sind gerade schon auf dem Weg. Ich bin mal gespannt, wie viele Teile wir jetzt finden werden. Oh nein, nein. Ich mag euch nicht. Ich mag euch nicht. Na, Geralt, holst du mal bitte dein Schwert raus. Autsch. So. Ah, das ist die Höhle. Gut so. Hu, 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 hu. Okay. Oh, da ist was oben. Wow, wow. Ruhig. Ah. Jawoll. Gebt ihr Schnetzeltes, Mami. Was ist das da? Oh. Oh. Ach, wir kriegen alle. Wir kriegen alle. lexandres Tagebuch. Lexandres. Aha. Ja. 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 Abgeschlossen. Und weiter. Ich habe alle Brücken hinter mir abgerissen. Eine Rückkehr ist unmöglich. Nicht nachdem ich gemordet und die Großmeisterschemas genommen habe. Vermutlich sind sie mir schon auf der Spur. Hoffentlich kann ich die Sache schnell hinter mich bringen und im Süden ein neues Leben anfangen. Meine Zeit als Hexer ist vorüber. Delonay kann ich nicht trauen, erst recht nicht, da er darauf besteht, dass wir uns bei den Banditen treffen. Ich habe die Schemas in einer Höhle versteckt, die kein Normalsterblicher betreten kann. Wenn alles glatt geht, hole ich mir mein Geld, sage ihm, dass der Schatz in den Nebelgruben liegt und biete ihm dann gegen weitere Bezahlung meine Eskorte an. Wenn es nicht glatt geht und jemand diese Medizin findet, so wisse er dies. Das war es wert. Es war das Töten und Stehlen und überhaupt alles wert, aus dem niserablen Leben in der Spur zu entkommen. Das kennt jeder Hexer, diesen Wunsch, alles fallen zu lassen und in den Sonnenuntergang zu reiten. Dieser hier hat entsprechend gehandelt und teuer dafür bezahlt. Die Schemata haben eine traurige Geschichte, aber ich werde gute Verwendung für sie haben. Okay, was ist das da oben? Da komme ich nicht so ohne weiteres hoch, ne? Mal gucken, hier oben war, glaube ich, ein Weg, wenn ich vorhin die Karte... Ja, hier, hier, hier. Komme ich da rüber? Wartet mal, ich hole mal Schwung und... Und renn! Okay, oh, noch eine Kiste. Naja, brauchen wir nicht. Und... Liebesbrief. Bella de Gunes. Aha. Mein liebster Freund. Gustav, ich möchte dich für unser letztes Stelldich 1000 Mal danken. Beim Gedanken an das nächste schwimmen, vor Glück den Kopf. Ist es nicht seltsam, dass hier zwei Fremde so schnell so nahe gekommen sind? Oder die kommen können, ne? Uiuiuiui. Du fragtest, ob es etwas gäbe, was ich besonders schätze. Nun, Gustav, ich hatte schon immer eine Schwäche für Blumen. Mein tragisch verblichener Verlob, da hat sie mir immer in den Nebelgruben gesammelt. Oh mein Gott, der arme Tor. Ich müsste lügen, wollte ich behaupten, ich hätte jemals schönere Blumen gesehen. Ach, bei dem Gedanken daran, auch du könntest solche auf dich nehmen. Und mir dort mit eigener starker Hand einen Strauß pflücken, setzt mein Herz einen Schlag aus. Wenn du mir diese Blumen bringst, so beweist du damit deine wahre Liebe zu mir. Ewig dein Bella de Gunes. Der, 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 der Gunes, so. Der arme Tor. Der arme Tor. Ach, hier oben. Ah. Aber ich glaube, da gibt es nichts, oder? Warte mal, wir gehen nochmal hoch. Und. Aber gerade so. Vorsichtig. Ah, okay. Gut. Damit hätten wir... Ah, wisst ihr da, was wir machen? Sorry, wenn das jetzt so abrupt kommt. Wir machen jetzt folgendes. Wir gehen jetzt auf weitere Ausrüstungssuche. Und dann haben wir irgendwann mal das Set hier komplett. Ich glaube, das ist in aller Sinne. Da ist ein Handelsposten. Ich glaube, das ist der Handelsposten. Äh, in diese Richtung. Äh. Ja, und das Vieh kennen wir. Die Frage ist, ob wir es angreifen sollten oder nicht. Ah, ah. Was machst du mit mir? Los geht's. So. Ja, hier waren wir schon mal. Äh. So. Und runter hier. Dann gehen wir mal zur nächsten Stelle. Die ist dort... Ah, das ist gut. Flo Vive. Da war er auch schon. Drei, zwei, eins. Meins. Ja, sag ich doch. Ja. Kompliment. Kompliment. Eingestürzt. Vermutlich hat das Fundament nachgegeben. Wurde buchstäblich untergraben. Okay. Oh. Wir zittern die Hände. Ich kann nicht mal das Werkzeug halten. Das ist schlecht. Okay. Dann. Jawoll. Oh. Da haben wir es doch schon. Oh, hier ist noch eine... Hm. Hier auch noch? Ne. Und da ist eine Kiste. Oh ne, ne? Drei Schema das. Warten wir kurz. Huhu. So, jetzt aber. 17. Mai. 12.43. Endlich eine Reaktion auf meinen Aushang. Ein Hexer. Groß für einen Berg. Bertig für einen Zwerg. Er fragte nach dem Auftrag und sagte dann, er könnte ihn übernehmen. Für so viel Geld, wie wir für Fifi's Mitgift zurückgelegt haben. Nerven wie Tauer. Welche Wahl blieb mir? Ich musste einwilligen. 18. Mai. 43. Der Hexer behauptet, ein unterirdisches Monster würde die Probleme verursachen. Er erkundete das Gebiet und fand einen Eingang zum Höhenkomplex bei einem Fluss in den Marse-San-Wäldern. Morgen will er hingehen. 20. Mai. Der Hexer ist noch nicht zurück. Ein Elf aus der Stadt hat nach ihm gefragt. Der hatte die Stirn einem Anderling unsere Adresse zu geben. 27. Mai. Schluss jetzt. Nie wieder heurig ein Hexer an. Zehn Tage ist es her, dass er seinen Vorschuss genommen hat und verschwunden ist. Ich werde seine Hinterlassenschaften verkaufen, um wenigstens einen Teil meiner Ausgaben zu ersetzen. Wie dumm, dass er größtenteils Papierwüsche mit Gekritzel hinterlassen hat, die ohnehin keiner kaufen werden will. Was für ein Monster, der Hexer auch gejagt hat. Getötet hat er es offenbar nicht. Ich muss die Augen offen halten. Okay. Ich gehe mal hier. Was ist das hier? Oh, oh. Da rennt was rum. Huh. Äh. Oh. Ist doch gut hier. Kuscheln mit einer anderen. Okay. Huh. Schön. Was haben wir da? Ein goldener Diamantring. Mhm. Oh. Oh. Okay. Ich habe mir nie gesagt, aber ich sehe, dass sie sich Sorgen macht. Aber worauf warten wir? Zusammen werden wir sparsamer leben als jeder für sich. Und außerdem müssten wir da nicht ständig darüber nachdenken, wie wir uns hier treffen können. Ich wollte sie in das feinste Wirtshaus von Buclair zum Essen ausführen. So oft habe ich mir das vorgestellt. Bedienungen in goldener Kluft würden uns Fulgrat und Sorbese da reichen. Klarissa würde auf einem Seilenkissen sitzen, eine pechschwarze Haarkrone auf dem Kopf und sie wäre die schönste Frau weit und breit. Dann würde ich einen Diamantring hervorholen. Doch die Wahrheit ist, dass ich mir so etwas niemals werde leisten können. Nicht einmal, wenn Klarissa mir versicherte, dass sie einen Ring aus Silber genug wäre und wir das Geld lieber für ein Haus in Oteville ausgeben sollten, wo wir einen Laden eröffnen würden und sie Hüte verkaufen könnte. Darum werde ich morgen um ihre Hand anhalten in der verlassenen Weinhöhle, in der wir uns immer treffen. Unser vertrauter Unterschlupf, an dem wir schon so viele wunderschöne Stunden miteinander verbracht haben. Sie hat sich nie beschwert, dass wir bei unseren einzigen romantischen Momenten stets von Spinnenweben und alten Weinfässern umgeben waren. Doch morgen wird alle das enden. Wenn wir erst verheiratet sind, werde ich sie zu mir holen und über meine Schwelle tragen. Es wird sicherlich eng werden, doch genügend Platz für ein Bett habe ich und es wird keine Spinnenweben geben. Ich habe nur einen einfachen Kupferring für sie, mit einem roten Glasstein, der billigsten Sorte verziert. Aber ich verspreche ihr, diesen Ring in einem Jahr gegen einen Ring aus Silber einzutauschen mit einem Amethyst oder vielleicht sogar einem Rubin. Oh, Klarissa, wenn es doch schon morgen wäre. Ich glaube, heute Nacht werde ich kein Auge zu tun. Das sehe ich anders, mein Freund. Das sehe ich anders, mein Freund. Vor allem, ich habe einen ganz anderen Ring hier in der Hand. Aber hier geht es gar nicht. Hier geht es gar nicht weiter. Wo ist denn hier der Eingang? Ach, der ist da gar nicht. Okay, dann kann ich den natürlich hier nicht finden. Dann gehen wir mal hier raus. Das ist dann wahrscheinlich die Höhle, wa? Plätze, komm, wir reiten in den Sonnenuntergang. Ja, ja, wir reiten bis zum Horizont. Genau. Ah, hier ist der Wald. Hier ist Wasser. Und hier ist die Höhle. Okay, ich speichere mal ab. Oh, ich glaube, ich war schon mal in dieser Höhle. Oh, ja. Ich glaube, ich war schon mal in der Höhle. Ich glaube, die ist groß. Ich habe was gesehen. Oh, meine Freunde. Oh, meine Freunde. Oh. Oh. Nochmal eine Taktik. Was? Hui. Ja. Ich glaube, ich sollte doch wieder Feuerschaden nehmen. Was? Wo ist er hin? Oh. Ach, nie, komm. Na, 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 na. Hui. Oh, nicht normal, komm. Mistvieh. Ich kann ihn nicht leihen. So, dann schauen wir mal. Oh, was ist hier? Nehmen wir mal ein Rezept. Ach, da sind wir reingekommen. Ähm. Ah. Warnung. Achtung. In dieser Gegend sind Gebäude angestützt, weil ein Monster alles unter Gaben hat. Ich weiß noch nicht, welches. Kommt mir nicht nach und entfernt meine Symbole nicht von den Wänden. Ich brauche sie für den Rückweg. Junot von Belhaven. Er hat das Symbol seiner Schule an der Wand hinterlassen. Clever. Ich sollte nach weiteren Symbolen suchen. Okay. 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 Oh, da ist was. Wo hat er das jetzt alles gemacht? Halt. Da. Das ist doch mal kein Bär, oder? Wir schauen mal, wo es dort hinten nachher weitergeht in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Würde mich freuen. Bis dahin. Euer Firefox.